Herzlich willkommen beim Länderspiegel. Ohne ihn wäre unser wöchentlicher Blick in die einzelnen Bundesländer womöglich ein anderer. Helmut Kohl ging als Kanzler der Deutschen Einheit in die Geschichtsbücher ein. Gestern ist er im Alter von 87 Jahren gestorben. Kanzlerin Merkel würdigte den Altkanzler als Glücksfall für uns Deutsche. In Trauer, aber vor allem mit großem Respekt, verneigen sich die Menschen vor Helmut Kohl. Martin Kordes und Carolin Burger haben heute Reaktionen auf den Tod einer großen Persönlichkeit der deutschen und europäischen Geschichte gesammelt. Erste Station, seine Heimat in der Pfalz. Der Staatssack zu Ehren des verstorbenen Altkanzlers wird vermutlich in seiner Heimat Rheinland-Pfalz stattfinden. Nicht mit uns. Unter diesem Motto findet gerade in Köln eine von Muslimen initiierte Friedensdemo statt. Etwa 1500 Menschen demonstrieren gegen islamistischen Terror. Erwartet worden waren allerdings bis zu 10.000 Teilnehmer. Immer wieder wurden Muslime aufgefordert, sich gegen islamistischen Terror zu positionieren. Dabei machen viele Muslime immer wieder deutlich, dass in ihren Reihen kein Platz ist für Hass und Gewalt. In Berlin hat eine Frau gerade eine liberale Moschee eröffnet. Und an deutschen Hochschulen werden weltoffene Imame ausgebildet. Jan Hofer zunächst von der Kölner Demo. Ich möchte mein Kind gerne in der Kita anmelden. Wie alt ist es denn? Noch gar nicht geboren. Ja, meinen Betreuungsplatz können sich Eltern heutzutage gar nicht früh genug kümmern. Bundesweit fehlen fast 300.000 Kita-Plätze. In Leipzig hat der Sturm auf eine neue Tagesstätte gar einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zur Anmeldung kamen rund 450 Menschen und standen stundenlang in einer Endlosschlange. Und auch in Chemnitz klagen Kitas über chronische Überlastung. Ja, und wie wir gerade erfahren haben, die Stadt Leipzig hat nun vor dem Prozess zum Schadenersatz den drei klagenden Müttern einen Kompromiss angeboten. Familie Menschel wird ihn annehmen. Was hat Logik mit Bürokratie zu tun? Wenig bis nichts. Also logisch wäre ja zum Beispiel Folgendes. Wer auf den Straßen die Umwelt verpestet, muss mehr zahlen. Bürokratie heißt aber, wer der Umwelt Gutes tun will, wird bestraft. Denn wer denkt, dass man mit einem Elektroauto, das bekanntlich keine Abgase ausstößt, keine Feinstaubplakette braucht, bekommt ein fettes Knöllchen. Unser Hammer der Woche. Ja, besser ist es. Wenn auch Sie eine Hammer-Geschichte für uns haben, dann schreiben Sie diese an hammer.zf.de oder an zf.länderspiegel in 55100 Mainz. Feinstaub, CO2-Ausstoß gehen PS-Protzern komplett am Auspuff vorbei. Hauptsache Vollgas, ohne Rücksicht auf Verluste und vor allem ohne Rücksicht auf Menschenleben. Gestern Abend wurde ein Mann bei einem illegalen Autorennen in Mönchengladbach überfahren. Der 38-Jährige, der gerade die Straße überqueren wollte, hatte keine Chance, als beide Autos auf ihn zurasten. Auch in Hamburg trifft sich die Raserzähne regelmäßig. Immer wieder hat die Polizei sie auf dem Radar. Aber auch andere Temposünder zieht sie regelmäßig aus dem Verkehr. Sven Rieken war dabei. Ob er singen kann? Naja. Humor hatte aber offenbar FDP-Chef Lindner, als er Hurra, wir leben noch, im Karneval schmetterte. Nun leben die totgesagten Liberalen nicht nur, sie regieren bekanntlich auch wieder. Unter anderem in Nordrhein-Westfalen. Gestern hat das schwarz-gelbe Bündnis seinen Koalitionsvertrag vorgestellt. Erster Kommentar, das ging aber schnell. Nach anfänglichem Zögern der FDP verliefen die Verhandlungen ungewöhnlich geschmeidig. Zusammen mit dem designierten CDU-Ministerpräsidenten Laschet konnte man sich rasch bei den Schwerpunkten Bildung und Sicherheit einigen. Dominik Müller-Russell. Es gibt ein Leben vor dem Tod, sagte 1. Wolf Biermann. Wie wahr. Zu DDR-Zeiten erhob er immer wieder seine Stimme gegen die Staatsmacht. Heute wird der Freiheitsstreiter geehrt. Mit dem Point Alpha-Preis, den übrigens auch schon Helmut Kohl erhielt. Point Alpha ist eine Gedenkstätte in der Rhön, an der Grenze zwischen Thüringen und Hessen. Aber natürlich kann man dort nicht nur deutsch-deutsche Geschichte erleben, sondern jede Menge mehr. Wie Westernreiten oder Schnitzen. Na wie schön, da ist der Muskelkatadach direkt vergessen. Und beim nächsten Mal klappt es auch mit der Sternschnuppe. Wir Deutschen werden ja gerne als Oberspießer bezeichnet. Aber hey, wie sagt die Jugend schon seit längerem? Alter, jetzt schill mal deine Basis. Und das scheint anzukommen. Immer mehr Politiker sind jetzt echt Shido, also cool drauf. Zum Beispiel oben an der jamaikanischen Waterkant. Aber auch CSU-Mann Dobrindt macht einen auf Jimi Hendrix am Steuer. Ja, schauen Sie selbst im Rückspiegel. Und wir chillen nun auch und sagen Tschüss. Hier geht es nun weiter mit Menschen, das Magazin. Und im Anschluss ziehen 50-jährige Männer Zwischenbilanz bei Mona Lisa. Ich bin gespannt. Genießen Sie noch das herrliche Wochenende. Bis demnächst. Machen Sie es gut.